hallo freunde aus aller welt heute sind wir in rotenburg ob der tauber und zwar laufen wir eine runde durch die stadt eine kleine und eine lange runde auf der stadtmauer und der stadtmauer entlang bleibt dabei nimm dir popcorn nimm dir ein sprudel oder ein bierchen oder ein cola oder ein pepsi und bringt zeit das dauert ein paar minuten das video natürlich ne bisschen noch da dann lass auch mal like ein abo ein kommentar da und viel spaß so 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 So, jetzt ist das Ganze gleich. Zwischenbrech eine Pause machen, bis das Wandern schön. Da kann man runter, oder weiterlaufen, wir laufen weiter. Einmal links rum, einmal links rum. Also, Rothenburg lohnt sich, ein Besuch nach Rothenburg, ob der Tauber, lohnt sich wirklich. Alles gut, ich kann nicht alles einfangen mit dem Handy, mit der Kamera, wie man das mit dem Auge sieht. Im Auge betrachtet man das schon alles ein bisschen anders. Das ist ein bisschen schöner natürlich, im Live dabei zu sein und nicht eine Aufnahme. Aber, wer weit weg wohnt, kann sich die Aufnahmen angucken und kann entscheiden, wo wir nach Rothenburg einmal kommen. Und, ich sag, kommt, es lohnt sich. Besuch lohnt sich immer. Und hier auf der Mauer kann man sich ein Stück Mauer kaufen und dann kriegt man so ein Schild. Wie viele hunderttausende von Leuten sind auf diesen Wegen gelaufen, mein lieber Schieber du. Da geht es eng rum, da geht es eng rum. Ja, geschafft. Ja, geschafft. Geschafft. Das war wohl eine harte Arbeit, die das gebaut haben, das kannst du denken. Aber Rothenburg ist schön. Ein altes Häuschen da. So eine schöne, urige Altstadt, das kann ich euch sagen. Oh, das Gebäude ist auch interessant, ne? Gibt auch viele Biergärten, wo man sich hinsetzen kann. Ja. Ja. So, schau mal. Das ist ein Schwimmpool. Hier haben wir einen Schwimmpool im Garten, ne? Wahnsinn. Wahrscheinlich ist es ein Hotel. Wahrscheinlich ist es ein Hotel. Ein bisschen beweglich, müsste man schon sein. Ich gehe immer hoch und runter. Haufen Treppen. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht ausrutscht. So, das war der. Lauf und am Hauer. Da sind wir gelaufen. Schöner Turm. Und da drüben geht es gleich wieder hoch. Ach, der Turm ist leider gesperrt zur Zeit. Wird renoviert wahrscheinlich drinnen. Also, da gibt es so viele Wege. Da weiß man gar nicht, ob man aus herumlaufen, ob man innen herumlaufen. Und solche Türme gibt es hier in Rodenburg zu den Regen. Und hier wird auch gebaut. Und hier auf 있어요. Wollen wir loben? Hier wird dann das. Das ist ein Schaub. Wollen wir ein. Das voyag. Das war der vị. Ich hab einen Film von dir. Hier ist jetzt das. mitten in der stadt und auch ein bisschen zurückgezogen und das bau das ist in Karajen aber eigentlich ist es immer so es gibt sie drin so zwar ein bisschen rotenburg ob der tauber ja die meisten werden nicht mehr dabei sein meist werden schon abgeschaltet haben aber das ist ein rotenburg ab der tauber da gibt es sehr viel zu sehen viele gassen rotenburg museum da werden wir als nächstes reingehen hoffe ich dass noch viele dabei sind hier zum schluss und beim nächsten mal zeige ich noch mehr zwar nicht von rotenburg rotenburg reicht jetzt aber andere alte städte auch mal besuchen jetzt im sommer lohnt sich das in diesem sinne ja matze nicht vergessen liken abonnieren kommentieren bis die tage